Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial. Wie erstelle ich denn eigentlich eine Briefvorlage? Um eine Briefvorlage zu erstellen, müssen wir hier einfach erstmal die Seitenränder definieren. Die Seitenränder haben wir ja im vorhergehenden Video gesehen. Oben sind die 5 cm, links 2,5 cm, unten 1 cm und rechts 2 cm. Das stellt man hier bei Seitenlayout ein. Bei Seitenlayout findet man hier die Seitenränder, benutzerdefinierte Seitenränder und hier kann man dann entsprechend die Werte eingeben. Also oben 5 cm, unten 1 cm und links das passt. Links passt 2,5 cm und rechts dann noch einmal 2 cm Papierformat. Das passt auch alles und das Layout auch entsprechend. Gut, das ist jetzt schon ziemlich weit unten. Das heißt, wir haben hier in der Kopfzeile, da werden wir unsere Absenderdaten eingehen, Hier haben wir viel Platz dazu. Einfach hier in diesem oberen Bereich Doppelklick und schon befindet man sich in der Kopfzeile. Hier habe ich jetzt schon was vorbereitet, da kommt der Absender rein und wenn ich in diesem unteren Bereich wieder einen Doppelklick mache, dann bin ich da entsprechend draußen. Mal kontrollieren, ob es funktioniert. Ich gehe auf die nächste Seite und sehe hier dann auf der Seite 2 meinen Absender. Gut, die ersten drei Zeilen sind für die Versendungsformen vorgesehen. Die eigentliche Empfängeranschrift kommt dann erst ab der Zeile 4 und die nächste Zeile, in welcher Zeile man sich befindet, könnte man hier entsprechend einstellen. Man kann nämlich hier mit einem Rechtsklick in der Statuszeile hier die Zeilnummer anzeigen und dann sieht man hier, in welcher Zeile man sich befindet. Hier ist jetzt die Zeile 11 und hier befinde ich mich in der Zeile 12. So, an der Zeile 12 kommt das Datum rein, allerdings rechtsbündig und hier habe ich mehrere Möglichkeiten. Entweder ich schreibe das Datum einfach so rein oder ich sage Einfügen, dann Schnellbausteine, Autotext oder Feld. Hier habe ich dann irgendwo ein Dateblock. Das wäre jetzt einmal die Möglichkeit, hier das Datum so einzugeben. Oder ich kann aber auch sagen, Datum Uhrzeit. Da komme ich schneller hin. Oder ich kann auch folgendes machen. Allerdings müssen wir hier die Entwicklertools noch aktivieren. Unter Datei dann auf Optionen, Menüband anpassen und dann haben wir hier bei den Entwicklertools, da ist kein Häkchen drin, wenn man hier einen Häkchen setzt, dann erscheinen oben die Entwicklertools. Und wenn wir das hier auswählen, dann haben wir hier bei dem Bereich Steuerelemente, haben wir hier einen Bereich mit Datumsauswahl, Inhaltssteuerelement. Wenn wir das hier einfügen, schaut das Ganze erstmal so aus. Und wenn man hier jetzt entsprechend draufklickt, dann hat man hier ein Kalenderfeld. Man könnte hier also sagen, heute, dann ist sofort dieses Datum drin. Man könnte aber auch sagen, der Brief war gestern oder nächste Woche und das Datum ist drin. Diese graue Umrandung verschwindet dann auch. So, und hier sind wir in der Zeile 12. Dann haben wir hier die Zeile 13, 14 und 15. In dieser Zeile kommt dann der Betreff. Das Wort Betreff, dann bitte löschen, wenn man den Brief schreibt, weil das Wort Betreff kommt da nicht vor. Also, man sieht hin und wieder als Fehler, Betreff, Doppelpunkt und dann, was ist der Betreff? Aber da wird nur geschrieben, um was es in diesem Brief geht. So, nochmal zwei Leerzeilen. Dann haben wir die Anrede. Hier kann man auch dann später entscheiden, möchte man eine allgemeine Anrede haben oder spricht man jemand Bestimmten an. Dann schreibt man als sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau. So, dann kommt noch eine Leerzeile. Hier kommt dann der eigentliche Brieftext. Und hier kommt dann freundliche Grüße. Und dann wäre der Brief hier zu Ende. In diesem Bereich hier unterschreibt man bei dem Brieftext. Einfach doppelt draufklicken und entsprechend den Text schreiben. Ja, dann brauchen wir noch das Empfängerfeld. Das machen wir am besten mit einem Textfeld. Ich hatte hier oben schon eine Schnellstartleiste eins definiert. Man macht das aber hier unter Einfügen, Formen. Da hätten wir einmal die Möglichkeiten, ein Textfeld einzufügen. Oder, es ging auch hier, Standard Textfeld. Oder hier unten haben wir auch nochmal die Funktion Textfeld einfügen. Ich mache mal hier das einfache Textfeld von Word. Da steht schon was drin, nämlich Blindtext. Den können wir rauslöschen. So, und jetzt muss ich dieses Textfeld erstmal formatieren. Dazu gehe ich hier auf das Dialogfeld. Und hier kann ich sagen, keine Füllung, Linienfarbe, warum auch nicht. Und im Textfeld selber gibt es einen sogenannten Seitenrand. Genauso wie auf der Word-Seite. Den setze ich hier mal überall auf 0. Und jetzt fängt die Schrift praktisch ganz vorne an, vorne am Textfeld. So, das Ganze ist insgesamt 9 Zeilen groß. Und jetzt muss ich noch das Textfeld entsprechend ausrichten. Das heißt, es geht hier unter Größe, Dialogfeld und hier Position. Hier kann ich sagen, einmal links an der Spalte. Oder, ja, Seitenrand. Und hier Ausrichtung vertikal, sage ich, oben. Und zwar auch vom Seitenrand aus. Und hier habe ich jetzt genau dieses Textfeld hier drin. Was wir noch machen müssen, ist verankern, damit sich das nicht doch irgendwie verschieben kann. Hier kann ich hergehen, nochmal bei Position, dann sage ich hier verankern. Und hier, diese Hegarten müssen überall heraußen sein. Und jetzt kann sie hier auch nichts mehr verschieben. Die Absatzmarken, die blende ich mal aus. Und hier kann ich jetzt entsprechend mein Textfeld erweitern. Die Adresse reinschreiben, ohne dass mir hier unten die Zeilenabstände verrutschen. Ja, fertig ist die Briefvorlage.